Meghan Markle, diese Beraterin macht sie zum Royal Girl Sie überstrahlte einfach alle. Nur drei Tage nach der Traumhochzeit mit Prinz Harry, 33, debütierte Meghan, 36, als Herzogin von Sussex. Auf der Gartenparty ihres Schwiegerpapas Prinz Gales, 69, auf der seine Wohltätigkeitsarbeit gewürdigt wurde, legte sie ganz ladilike einen Auftritt hin, der sich durchaus sehen lassen konnte. Doch nicht nur mit ihrem beigefarbenen Kleidchen, ihrer hellen Strumpfhose und dem beachtlichen Hut konnte sie überzeugen, auch ihre Manieren ließen nicht zu wünschen übrig. Wer ihr diese wohl beibrachte? Damit sie nach und nach ein rundum perfekter Royal werden kann, stellte das britische Königshaus der Neuherzogin eine Frau zur Seite, die der 36-Jährigen mit Rat und Tat behilflich ist. Wie das britische Nachrichtenportal Times berichtete, handelt es sich dabei um keine geringere, als die 49-jährige Samantha Kohn. Als Assistentin des Privatsekretärs der Queen, 92, höchstpersönlich weiß sie natürlich am besten, was Meghan braucht, ein offenes Ohr und ein paar Nachhilfestunden, was das Hofzeremoniell angeht. Bis zum Frühjahr wird sie die ehemalige Suits-Darstellerin in ihrer neuen Rolle als Repräsentantin unterstützen. Auch ein Einbürgerungstest steht für die gebürtige Amerikanerin auf dem Plan. Das Winken beherrscht Meghan jedenfalls schon hervorragend. Während der 25-minütigen Kutschfahrt durch Windsor nach der Trauung erhob sie ihre Hand auf elegante Weise und begrüßte das jubelnde Volk. Die